Wir treffen uns in absolut herausfordernden Zeiten, denn nur verlässliches Regieren schafft wirklich Sicherheit. Wir sehen in Sachsen-Anhalt, dass die Klimakrise, die wie gesagt die größte Herausforderung ist, nicht irgendwo stattfindet. Klimaschutz ist das Gebot der Stunde. Wir werden die großen Krisen, die Corona-Pandemie und die Klimakrise nur bekämpfen können, wenn wir ein verlässliches Fundament haben. Uns steht die klare Botschaft im Vordergrund. Die Motive illustrieren unsere Kampagne, sie sind im Hintergrund. Das Zentrale der Kampagne ist hier an dieser Stelle wirklich die klare Botschaft. Klima retten mit klarem Ziel und das verlässlich für Sachsen-Anhalt, das ist eine Kernbotschaft. Die Erderwärmung begrenzt auf 1,5 Grad. All das finden Sie bei uns im Wahlprogramm. Naturschutz bewahrt das Wertvolle, nämlich unsere Lebensgrundlagen. Vernünftiger Nahverkehr. Wir wollen saubere Luft und wir wollen, dass der Platz gut und vernünftig im Sinne der Menschen vielfältig genutzt werden kann. Ein zentrales Thema ist die Frage, wie wir Demokratie verteidigen können und wie wir dieses Land weltoffen halten können. Wir sind weltoffen, wir sind beherzt gegen den Hass.